Wenn man sich ein Tiny House bauen möchte, gibt es eigentlich drei Möglichkeiten, dies zu tun. Entweder man lässt es komplett von einem Hersteller bauen, man baut es komplett selbst oder man wählt eine Variante aus beidem. Das ist auch letzten Endes der Weg, für den wir uns entschieden haben, weshalb wir in dem heutigen Video auch mit unserer Geschichte darauf eingehen wollen, welche Argumente uns dazu bewegt haben, eben einen Mix ausbauen lassen und selber bauen zu wählen und hoffen natürlich auch, dass wenn ihr gerade vor der Entscheidung steht, wie ihr euer Tiny House Projekt jetzt angeht und wie ihr es bauen lasst oder selber baut, ja da leichter vielleicht auch zu einer Entscheidung zu kommen. Wir sind Anja und Ilan, freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind ja jetzt 60 Prozent, würde ich sagen, also über 60 Prozent vorangeschritten mit dem Bau unseres Hauses, auch mit dem Innenausbau unseres Tiny Houses und wir haben vor rund drei Jahren, fast drei Jahren sind es jetzt, ist es jetzt her, mit dem Bau unseres Tiny Houses oder mit der Planung unseres Tiny Houses begonnen. Es gab aber auch viele Entscheidungen und Kompromisse, die wir eingehen mussten. Deshalb möchten wir jetzt an dieser Stelle nochmal zurückblicken, welche Gedanken und welche Argumente zu unserer Entscheidung geführt haben und dabei auf den Kostenfaktor eingehen, als auch die Individualität, die Materialienauswahl und die Zeitplanung. Am Ende verraten wir euch dann auch, ob wir alles nochmal so machen würden oder nicht. Wenn ihr auch in Zukunft keine neuen Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr jetzt sehr gerne unseren Kanal abonnieren, um unseren Kanal und unsere Arbeit auch zu unterstützen und aktiviert auch gerne das Glöckchen, damit ihr auch immer wieder benachrichtigt werdet, sobald es ein neues Video von uns gibt. Als wir uns damals für den Bau unseres Tiny Houses entschieden haben, war uns klar, dass wir das Haus nicht nur mobil auslegen wollten. Das heißt, da es ja auf Rädern ist, sind wir davon ausgegangen, dass es das auch ist, sondern dass wir es auch bis 3,5 Tonnen bauen wollen und auch selbst bauen wollen. Warum wollten wir selbst bauen? Ich denke, wir wollten einfach auch die eigenen Materialien wählen. Das heißt, weitestgehend mit recycelten Materialien bauen, somit auch nachhaltiger bauen, kostengünstiger bauen. Das war ganz, ganz wichtig. Der Kostenfaktor war ja ganz wichtig bei uns. Und auch dieses Gefühl haben, es mit den eigenen Händen zu machen. Also wir wollten einfach in unserem Leben unser eigenes Haus mal selbst gebaut haben. Es war irgendwie... Und diese Lernkurve auch mitnehmen. Es stellte sich damals also die Frage, wie können wir das umsetzen? Wir haben ja einen Kostencheck gemacht. Wir hatten ein gewisses Eigenkapital, um auch zu sehen, wie viel müssten wir gegebenenfalls noch finanzieren. Ich meine, wir waren damals bei 15.000 Euro knapp Eigenkapital und sind auch davon ausgegangen, dass wir das mit Eigenleistung und recycelten Materialien und mit dem, was wir vorhatten, dass wir damit auch hinkommen, weil wir wissen, dass das geht. Nachdem der Kostencheck abgehakt war, haben wir uns die nächste Frage gestellt. Wo können wir denn um Berlin das Tiny House bauen? Haben also geschaut, gibt es Grundstücke oder finden wir vielleicht irgendeine Halle, wo wir das Haus bauen können? Im besten Fall sogar vielleicht mit jemandem, der schon mal ein Tiny House gebaut hat. Vielleicht mit einem Hersteller. Das Problem waren aber hier mal wieder die Kosten. Also wir haben auch in Berlin, um Berlin einen Tiny House Bauer gefunden. Die Hallenkosten als auch die Kosten für die Rückfragen, die wir uns offen halten wollten. Das war einfach utopisch. Und dann noch mit der Ungewissheit, weil wir gar nicht einschätzen können, wie lange braucht denn so ein Projekt, wenn wir zu zweit uns ein Tiny House bauen? Wussten wir ja nicht. Also sind wir vom Selbstbau, wir sind immer noch beim Selbstbau geblieben, aber haben uns dann gesagt, naja, vielleicht gibt es ja irgendwo einen Bausatz, den man kaufen kann. Kommen wir zum Zeitfenster. Wir haben uns natürlich auch überlegt, ob wir vielleicht uns vier Monate in dieses Projekt stürzen, unsere Jobs aufgeben oder das Vollzeit dann eben machen und in vier Monaten dann auch fertig sind mit dem Haus oder gegebenenfalls Geld anzusparen, also Vollzeit zu arbeiten, das Geld zu sparen, uns ein Baugrundstück zu suchen. Das war aber auch direkt raus, weil wir gesagt haben, oder da sind wir als Typen einfach anders. Natürlich wäre es rein rational gesehen wahrscheinlich vernünftiger, erst mal Vollzeit noch ein Jahr zu arbeiten, das gleich in das Haus zu investieren. Aber wir haben unsere Entscheidung getroffen, wir wussten, wir brauchen oder wir wollen jetzt diese Veränderung und nicht noch ein Jahr warten und haben dann für uns einfach entschieden, nein, also die Option ist raus. Wir möchten gerne unsere Zeit investieren, ist ja auch Geld in einer gewissen Form, und selber an dem Haus mit anpacken. Die Suche nach dem passenden Baugrundstück und dem passenden Anhänger ging also weiter. Parallel haben wir uns informiert auf Messen oder bei YouTube natürlich und unsere Serie schön fleißig weitergeschaut. Inspiration auf allen Ebenen. Genau, das war uns ganz wichtig. Und sind dann irgendwann auf einen Bausatz gestoßen, wo uns aber wiederum der Anhänger nicht gefallen hat und haben dann gesagt, naja, das mit dem Anhänger ist ja sowieso nochmal ein Thema für sich. Vielleicht halten wir erstmal, vielleicht schauen wir erstmal nach dem passenden Anhänger und sind dann auf unseren Tiny House Bauer gestoßen, durch den Anhänger. Ja, das war ganz interessant, weil wir zunächst erstmal aus den amerikanischen Serien gerne diese extremst massiven Tiny House Anhänger und sogar importieren lassen wollten. Da hatten wir einfach das bessere Bauchgefühl als bei einem Bootsanhänger. Und als dann unser heutiger Hersteller uns mitteilte, dass er selbst auch die Anhänger baut und auf die Lastenverteilung des Hauses auch auslegt, haben wir gleich ein gutes Bauchgefühl gehabt und haben gesagt, super, da müssen wir es nicht importieren lassen, wir können es in Deutschland bauen lassen, haben auch einen Ansprechpartner hier. Vor allen Dingen, er war aber auch für alles offen, das war auch sehr wichtig, dass wir auch nach wie vor, beispielsweise selbst wenn wir bei ihm den Anhänger kaufen, dann aber auch unseren Bausatz haben, den wir dann wiederum mitbringen. Also dafür war er erstmal offen, das war in Ordnung für ihn, solange wir den Anhänger dann auf diesen Bausatz anpassen. Das heißt Stand, wir bauen immer noch alles selbst mit einem Bausatz und kaufen uns einfach nur von einem Tiny House Hersteller den Anhänger. In der Zwischenzeit hatten wir dann auch die Möglichkeit, das hat sich jedenfalls so ergeben, dass wir das Haus dann auch bei Anjas Eltern im Garten hätten ausbauen oder haben ausbauen können. Genau, was dazu führte, dass wir unsere Mietkosten schon einsparen konnten in Berlin, dort also alles aufgelöst haben, das war schon mal auch aus finanzieller Perspektive super. Man hat keine monatliche Miete für das Baugrundstück oder eine Halle, wo man das Haus hätte sonst bauen müssen. Das war also schon mal aus finanzieller Sicht oder auch dieser Veränderung, diesem neuen Lebensabschnitt immer näher zu kommen, eine super Variante. Im Austausch ist uns dann auf jeden Fall bewusst geworden, wie komplex ein solcher Hausbau sein kann, gerade ein Tiny House Bau auf Rädern unter 3,5 Tonnen. Wir sind dann auch von dem Bausatz tatsächlich runter, nicht weil unser Hersteller nichts von Bausätzen hält, sondern weil einfach die Abstimmung der einzelnen Materialien und Komponenten so wichtig ist. Und das Gewicht nicht hinkam, wir sind mit dem Gewicht nicht mehr hingekommen. Für uns stand es einfach zu keinem Zeitpunkt zur Debatte, das Haus in irgendeiner Form von einem Hersteller bauen zu lassen, weil für uns die Nachteile, gerade die finanziellen Nachteile, auf der Hand lagen oder auch das größte Argument darstellten. Dazu kam aber, dass wir auch aus recycelten Materialien bauen wollten, die mit Sicherheit auch kein Hersteller anbietet. Wir haben zumindest bis heute noch keinen gefunden. Es gibt aber auch einige Vorteile, das Haus bauen zu lassen. Der erste Vorteil ist auf jeden Fall die Gewährleistung. Die Planungsumsetzung, man spart sich wahrscheinlich auch wirklich Zeit oder die Ideen, die man persönlich hat, können viel schneller umgesetzt werden. Ja, man hat einfach einen kompetenten Partner an der Seite. Das erwartet man zumindest, wenn man mit einem Hersteller zusammenarbeitet und fühlt sich einfach in der Entscheidung oder in den vielen Entscheidungen, die zu treffen sind, sicherer. Wir haben uns also dafür entschieden, jetzt letztendlich das Haus bauen zu lassen beziehungsweise die Verschalung des Hauses samt Anhänger bauen zu lassen und uns dann um den Innenausbau zu kümmern. Somit können wir auch etwas Zeit sparen, gegebenenfalls. Wir waren uns ja noch nicht sicher, ob wir jetzt einen Elektriker oder Gas-Wasser-Installateur noch mit hinzuziehen. Das haben wir dann am Ende auch gemacht. Wir haben aber wiederum, um Zeit zu sparen und somit auch Geld, die Pläne selber geschrieben, also die Gas-Wasser-Pläne, die Elektrik-Pläne, unseren Grundriss selbstverständlich auch. Also alle Entscheidungen, so gut wir konnten, als Bauherren getroffen und wir wussten eben dann auch ganz genau, was wir wollten und was nicht. Da ist es auch rückblickend so wichtig, am Anfang für sich zu überlegen, was will ich von meinem Haus, was ist mir wirklich wichtig? Möchte ich das regelmäßig bewegen? Was bedeutet das dann auch später in der Materialienauswahl? Dieser Prozess braucht auch einfach mehr Zeit. Deshalb möchten wir gerne nochmal die Vor- und Nachteile für die für uns wichtigsten Faktoren nochmal ganz kurz zusammenfassen. Hatten wir denn jetzt einen Preisvorteil? In unserer Kombination würden wir sagen, ja, wir haben ja jetzt nicht alles bauen lassen. Wir haben also den Preis schon drücken können. Aber der Nachteil ist natürlich, dass wir deutlich teurer sind, als wir ursprünglich, als wir diesen Gedanken gefasst haben. Wir bauen ein Tiny House vor drei Jahren, vor gut knapp drei Jahren. So günstig sind wir natürlich nicht. Wir haben an dieser Stelle also auch noch einen ganz klaren Vorteil im Punkt Gewicht. Unser Hersteller ist nämlich spezialisiert auf Leichtbau. Genau, das heißt, er konnte uns dort auch, was die Materialien anging, enorm gut beraten. Aber auch gleichzeitig hatte natürlich die Auseinandersetzung mit dem Hersteller auch Nachteile, für uns im ersten Moment zumindest, weil wir eben nicht die von uns gewünschten Materialien hätten mit einbinden können. Also wir hätten es tun können. Das war immer möglich. Alles war immer möglich. Aber dann wäre der Faktor Mobilität wieder in den Hintergrund gerückt und dann wäre das Konzept einfach nicht stimmig gewesen. In Bezug auf den Grundriss sehen wir den Vorteil, dass wir unseren eigenen Grundriss überhaupt erst mit einbringen konnten, so wie wir es getan haben. Dadurch, dass er ja nur die Außenverschalung auch gemacht hat. Der Nachteil ist aber, dass es sehr zeitaufwendig war, den Grundriss so zu entwickeln, parallel auch mit der Außenverschalung, dass wir beispielsweise genau wussten, ab welcher Höhe beginnen die Fenster, wo ist die Eingangstür, wo ist unser Podest, da haben wir auch eine ganz andere Fensterhöhe. Eigentlich muss man bei der Fensterwahl schon fast alles entschieden haben. Haben wir tatsächlich gemerkt, alleine die Fensterentscheidung hat uns Monate gekostet, weil eben auch klar sein musste, welchen Boden nehmen wir, welchen Bodenaufbau brauchen wir. Das heißt, ab welcher Höhe genau fängt ein bodentiefes Fenster an. Es hörte nicht auf, es war einfach eine Planung. Nee, aber er musste das auch wissen wegen der Lastenverteilung. Also er hat den Anhänger auch darauf ausgelegt und das Ständerwerk natürlich. Ein Vorteil, den ich im heutigen Ergebnis sehe, also wo wir heute stehen, ist ganz klar, dass ich mir nicht mehr so viele Sorgen mache oder Gedanken mache darüber, ob wir unser Haus bewegen können oder nicht. Für mich ist ein Nachteil in dieser Konstellation schon aufgefallen, dass auch Experten oder Handwerker, die wir dann auch später hinzugebucht haben oder die wir um Hilfe gefragt haben, die einfach so eine Routine über Jahrzehnte haben, dass da manchmal der Fokus für diese Ästhetik, für diese alles, was nicht mit dem Funktionellen zu tun hat, weil funktionieren tut es alles, ist alles in Ordnung, aber dass wir aus unserem Blickwinkel sagen, ah, da hätte man aber doch noch hier ein bisschen auf den Abstand achten können oder da nochmal. Sie haben einfach eine andere Toleranz. Ja, klar, weil Zeit ist auch Geld. Am Ende bezahlen wir das. Also es hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Aber bei den Dingen, die wir zum Beispiel gebaut haben, die sind mit Sicherheit handwerklich auch nicht korrekt, aber auf den ersten Blick, das, was eben das Auge sieht. Wir haben auch zehnmal so lange gebraucht. Ja, aber es ist halt das eigene Haus. Und da muss man immer, wir kennen das auch von anderen Leuten, die sich ein großes Einfamilienhaus haben bauen lassen oder sich ein Badezimmer haben einbauen lassen. Das passieren immer Fehler, weil Zeit ist Geld. Die Leute wollen das schnell fertig kriegen. Da hatten wir aber noch Glück. Ja, da hatten wir wirklich Glück. Aber natürlich, wenn ich Dinge machen lasse, gebe ich Verantwortung ab. Und ich muss immer damit rechnen, dass es nicht zu 100% so ist, wie ich mir das in meinen Vorstellungen eben ausgemalt habe. Kommen wir zur letzten wichtigen Frage nach dem heutigen Stand. Wir sind ja so bei 60% unseres Hauses. Würdest du dich nochmal für die Kombination selber bauen und bauen lassen entscheiden aus dem jetzigen Standpunkt? Ich würde sagen, ja. Also ich habe das auf jeden Fall nicht bereut. Es hat jetzt alles etwas länger gedauert. Auch durch Corona natürlich. Man konnte sich aber trotzdem verwirklichen im Innenraum. Also ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass wir eben die Heizungsleitungen verlegt haben und die Wände gezogen haben, die Treppe gebaut haben und den Technikschrank. Wir wissen halt genau, was wir machen müssen. Wir kennen unser Haus. Wir wissen, was wir machen müssen, wenn wir mal ein Problem haben, wo wir welche Schraube lösen müssten, um ranzukommen an gewisse Leitungen oder Stromkabel. Also wir kennen unser Haus einfach nochmal anders. Und wir haben den Preis natürlich auch gedrückt. Obwohl es uns am Ende viel Geld gekostet hat, den Rohbau fertigen zu lassen, haben wir auch noch viel Geld gespart. Aber es fühlt sich auf jeden Fall gut an, richtig an. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aus heutiger Sicht bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich mich nochmal so einschränken würde, was das Gewicht angeht. Auch wenn mir die Mobilität ein unheimliches Freiheitsgefühl gibt, aber auch gerade im Austausch mit anderen Tiny House Bewohnern. Wir durften jetzt schon einige besuchen. Auch gerade unser letzter Besuch bei Toni und Markus, wir verlinken das nochmal gerne, haben die beiden auch das Ziel gehabt, das 3,5 Tonnen zu bauen und haben es halt total gecrasht. Und man muss sich einfach die Frage stellen, wie oft will ich das Haus wirklich bewegen in der Praxis? Und was bedeutet das aber für mich, um dieses Ziel zu erreichen? Ist es mir das wert? Und ich weiß nicht, ob ich das nochmal im Nachhinein, ob ich diese Entscheidung nochmal so treffen würde. Aber vielleicht kann man das auch nochmal besser beantworten, wenn wir in dem Haus wohnen, ob wir dann auch die 3,5 Tonnen wirklich irgendwie crashen, weil unser Fußboden zu schwer ist oder wie auch immer. Also es wird so oder so eng. Drücken wir einfach mal den Daumen, dass es noch klappt, dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat. Wie seht ihr das? Schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn ihr ein Tiny House bauen würdet, würdet ihr euch an die 3,5 Tonnen halten oder würdet ihr schwerer bauen? Das ist auf jeden Fall eine massive Einschränkung. Wenn man es unter 3,5 Tonnen macht. Hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schaltet nächste Woche wieder ein. So ist es. Ciao. Tschüss. 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 Tee. Tschüss. Tschüss. Tschüss.